Bravissimo, die erste Pasta-Foodtruck-Challenge der Schweiz. Ein Promi und ein Foodblogger duellieren sich um den Einzug ins grosse Finale. Fussballstar Jan Sommer verrät die besten Pasta-Tipps. Welches Gericht besser schmeckt, entscheiden der Coach und das Publikum. Also, leg dich warm an. Bravissimo, jeden Freitag bis in der Schweiz. Bravo für dich.